Im ersten Versuch mit 33 Kilogramm. Ab. Gut. Jetzt erst unten lassen. Tschüss. Tschüss. Also, komm. Ab. Gut. Applaus Robert, wir sollten die Kühle machen. Aber das heißt schon, ich möchte die Kühle machen, wenn wir die Kühle sehen. Alles so gut? Ab! Gut! 42 kg für Daniela Neues auf Wellbach in ihrem ersten Versuch. Direkt hoch! Gut! Prost! Du kannst hier die Leistung im Weichens einragen. Ab! Ja! Du bist gut! Du bist dran! Kopf auf! Schön konzentriert! Moment! Sind das wirklich? Sind das alle mal? Ist das richtig? Ja, was jetzt? Sind das 45 kg? Ach so, die hätten Männerstange, sorry! So, warum kommst du fertig? Tschüss! Taten direkt hoch! Ja, komm! Fangen und Feuern! Ja, gut! Ja! Gut! Applaus Wenn du mal würdig! Bitte 46! Gut! Gut! Spannung weg! Spannung weg! Spannung weg! Spannung weg! Schöner Versuch